Jetzt kommt Giray, nimmt den Ball an, Schuss, aber direkt geblockt und ein Nachschuss, wie kommt es Tor? Tor! 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 Und dann Schuss, Bubala, Bubala! Ja! 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 Bubala! Der Brust annehmen, ist in flanken Position, spielt ihn flach in den 16er, Makino kann ihn da festmachen und findet im Rückraum Salazar, der Schießt, Tor! Rodrigo Salazar! Auf halb links gegen zwei Mann findet Giray, findet Makino, Makino, Schuss, Position, schießt und der Ball, es ist im Tor! Simon Makino! Irgendwie hoppelt der Ball über die Linie! Jetzt kommt der Flankenball, der rechts reingespielt, Schuss aus dem Rückraum möglich von Leon Flach, der kommt flach und Tor! 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 Flach, Tor! Tor! 2-1, Leon Flach aus, nah, lockeren 25 Metern, mit links schön flach erwischt die Pille. Mit dem Ball rechts raus, auf Mamouche, Schuss, Tor! Tor! Mamouche! Opa! Mamouche! Knallt den Ball mit dem Vollspann in den linken Winkel! Ganz links raus, Pakarada kommt in den 16er rein, aber im kürzeren Weg hat es Fumasi, dann kommt trotzdem die Flanke und Tor! 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 Igor Matanowitsch, Tor! Goal! Goal! Das war jetzt 3, 25 Meter vor dem Tor, Thierry schießt! Tor! 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 Was ein geiles Ding! Was für ein Freistoß, Thierry! Aber es kriegt Thierry, den wieder den Ball, Burgstaller jetzt, Schuss, Position, Schuss! Burgstaller, Tor! Links in den Winkel! Der Ball legt den Ball lang und weit Richtung Burgstaller, der steht im Strafraum schießt, gehalten, Tor! Burgstaller! Buido von der Brust angenommen und den Ball aus 10 Metern mit links, glaube ich, reingehämmert unter das Dach! 2-Mars-Power abgeschüttelt, hoher Ball in den 16er rein, das ist Zander, der legt den Ball zurück, da kommt Thierry, Thierry Schuss! Tor! 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 Goal! Goal! Thierry wuchtet den strammen Rechtsschuss, rechts in den Winkel hinein! Salto rückwärts zur Belohnung! Pakarada zentrale Position, Pakarada schießt! Tor! Ohr! Lecker schießt!